Der Platz ist so voll, die Tränkerfahrer sollen zu ihren Tränkern und losfahren, wir brauchen Platz für noch mehr Menschen. Deshalb nochmal die dritte Brücke, die Schlepperfahrer sollen langsam schon auf die langen Leipziger Straße fahren. Und hier sind Steve Tanzmann und William Belay von Brot für die Welt und Absa. William Belay kommt aus die Tümpchen, herzlich willkommen William Belay! Er ist der Sprecher von Absa und das ist die Alliance for True Sovereignty. Das ist ein Netzwerk von ganz vielen Gruppen und Netzen in Afrika, die sich für das einsetzen, was wir auch wollen. Nämlich für das Recht, selbst bestimmen zu dürfen, was wir essen. William Belay arbeitet mit Brot für die Welt zusammen und er kann euch jetzt sagen, warum er heute hier ist und dafür erkennt. Herzlich willkommen und willkommen William Belay! Guten Morgen! Ich würde mich bedanken, dass die Organisatoren mich an dieser Demonstration zu kommen und zu sagen, ein paar Worte zu sagen. Als erstes möchte ich mich bei den Organisationen dieser Demonstration bedanken und von Worten zu sprechen. Ich komme hier als Koligata, der Alliance für Ernährungsemitglied in Afrika und spreche für tausende afrikanische NGOs, die an der Basis mit Millionen von Bauern und Bäumen zwischen den Ländern und Verbrauchern arbeiten. As you all know, Africa is an incredibly diverse continent, culturally, and with rich biodiversity. It's a beautiful continent. Anyone who travels to Africa can attest that. Life in Africa might look helpless and dire in a TV and photos. But the people of Africa are here and they have come up with various social and ecological strategies to meet the challenges that the environment and politics frequently struggle. Wie alle sicher wissen, ist Afrika ein unglaublich vielfältiger Kontinent mit insbesondere dem Blick auf Kultur und seine reiche Biodiversität. Afrika ist ein reicher Kontinent, der schon sehr schnell mal in Afrika war, kann uns bezeugen. Sind vor allem Medien, die hoffentlichlos und das hilflose Welt Afrika sein. Aber die Menschen Afrika sind hier stanz- und anpassungsfähig, die verschiedene soziale und ökologische Strategien entwickeln, um sich mit den Herausforderungen auseinandersetzen, die von Umwelt und Kritik ausgeworfen werden. I'm not trying to romanticize Afrika or life in Africa. There are challenges, I said a lot of them. But our challenges now are combined by a vision of a paradigm of agriculture, which is planning to transform afrikan agriculture through Phytips' vision. It's a vision of industrial agriculture. Ich will nicht Afrika, aber das Leben in Afrika romantisieren. Es gibt viele Herausforderungen. Aber all diese Ausveränderungen werden verschlimmert von der neuen Vision und dem neuen Paradigma für die Landwirtschaft. Es ist die Vision der industriellen Landwirtschaft. Die Vision sagt, bringt neues Saatgut, nicht eurenkonditionelles, nimmt Gentechnik, bringt Pestizide, bringt Contract Farming in euer Landwirtschaftssystem. Trennt Tiere und Pflanzenproduktion, dann werden wir uns gut ernähren können. Aber diese neue Vision hat unsere Umwelt schon versorgt, den Klimawandel vorangetrieben und unsere Biodiversität produziert. Die Menschen von ihrem Land vertrieben, die Patentierung von Saatgut vorangetrieben und nun wird die Biodiversität geschadet. Diese schreckliche Version von der Spreche wird aggressiv gepusht. Die GERD-Staaten, also auch Deutschland, haben zunehmend auch mit Unterstützung der afrikanischen Regierung die großen multinationalen Konzerne nach Afrika eingeladen. Um unsere angeblichsten Ernährungsprobleme unter dem Namen der GERD-Mürlein-Synth for Security zu lösen. Auch Deutschland ist Teil dieser GERD-Argernens. Was wir brauchen, ist eine Form von Agri-Kultur, die unsere Soils verbindet, kombiniert Katilien-Farming, unterstützt Frauen, benutzt Partizipatoren und Forschung, kreiert Access to Information und in general adapt, farmer-centered, not business-centered approach. Was wir brauchen, ist eine Landwirtschaft, die unsere Böden aufbaut, die Rinder in die Landwirtschaft, die Rinder mit der Landwirtschaft verbindet, Frauen unterstützt, einen partizipativen Ansatz in der Forschung verfolgt und bei den Bauern ansetzt und nicht einen Ansatz, der auf den Interessen der Industrie läuft. Es ist völlig absurd, einen Ansatz, einen One-Fits-All-Ansatz nach Afrika zu dringen. Ein Ansatz, der auf Agrarindustrie besucht. Wir brauchen Ansätze, die unsere Diversität widerspiegeln, die auf die Klimapolitik eingehen und die sich in den Straßen auseinandersetzen. Die Antisklaverei und die Antikolonialismusgruppen in der Räume haben eine wichtige Rolle dabei, weil ich die Sklaverei und Kolonialismus beende. Wir sind an einem kritischen Punkt in unserer Geschichte angekommen, an dem kommissionen Interessen von außerhalb Afrika bedrohen und unseren Kontinent übernehmen wollen. Viele Auswirkungen auf unsere Kultur und Ernährung und unsere Umarbeiterunabhängigkeit sind massiv. Also, lasst uns zusammenreden und demonstrieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.